Liebe Kulmbacherinnen, liebe Kulmbacher, liebe Kulmbloggerer, zunächst einmal herzliche Grüße von mir als Kulmbacher Oberbürgermeister und ich freue mich ganz besonders, liebe Ronja, dass du diese Online-Messe ins Leben gerufen hast. Viele Einzelhändler, viele Gastronomen haben jetzt die Möglichkeit auf dieser Plattform zurückzugreifen, ihre Angebote darzulegen und ich glaube es ist auch ganz wichtig, dass wir, die Kulmbacherinnen und Kulmbacher, diesen Angeboten folgen und hier auch die Möglichkeiten nutzen, die unsere Einzelhändler, die unsere Gastronomie bietet. Das Problem ist ganz einfach folgendes, wir haben natürlich auch unglaublich viele Herausforderungen zu bewältigen. Der Lockdown ist jetzt nochmal verlängert worden, aber nichtsdestotrotz ist diese Idee, die wir hier haben, die unsere Ronja auf die Beine gestellt hat, eine ganz tolle Geschichte. Nochmal herzlichen Dank, vielen Dank für dieses Engagement, mach weiter so und die Unterstützung, die du von der Stadt brauchst, die bekommst auf jeden Fall.